Ja, Leute, grüßt euch, ich will gar nicht so um heißen Brei rumreden, ich hab einfach mal eine Frage. Wenn man bei Twitch streamt und so eine Alertbox hat, dann müsste doch eigentlich, wenn man die Alertbox ausmacht, dieser Charington aus sein, weil das Problem ist, dass ich so an anonyme Spender hab und die Anonymen die ganze Zeit ein Bit-Sharen und so und da geht es die ganze Zeit Ding, 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 Ding und ich bin ja jetzt kein Chatterbait-Mädel, weißt du? Und da ist meine Frage, wie stellt man das ab, dass das anonyme Share so Bing, 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 Bing macht? Das hat sich nicht abstellen lassen, ich hab alles deaktiviert, ich hab jeden Sound alle verleert, hab ich deaktiviert und es hat sich nicht abschalten lassen. Sogar wie das Stream dann aus war, ging es immer noch Bing, 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 Bing. Und ich will wissen, wo das herkommt. Hat eine von euch da vielleicht eine Idee, was man da machen kann, ich hab schon an Twitch Support angeschrieben, aber die haben bloß gesagt, sie können, wenn welche sind, die stoken oder so, können sie die melden und die kann man dann auch per IP bauen, aber das bringt mir auch nichts, weil anonyme kann man ja nicht melden. Also bitte, wie kann man das umgehen, was kann man da machen? Habt ihr irgendwelche Ideen? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020